Ja, du kannst auch Klavier spielen, ja, ich hab mal gehört, dass du kannst rückwärts Klavier spielen, stimmt das? Ja, ich hab das bei Amadeus in dem Film gesehen als Kind, das ist gar nicht so schwer, du musst nur über Kreuz spielen, dann spielst du wie andersrum, du siehst es halt nur nicht. Aber dann, das würde ich gerne mal sehen, wie Florian David Fitz über Kreuz, äh... Man muss nur auf C-Dur gehen, sonst wird's zu schwer. What? Alter! Aber... Das ist ein Film.